Wir haben wochentage. Was ist wochentage? Wochentage? Weekdays. Wochentage. Weekdays. Ja? Und dann haben wir Montag. Montag ist wie Monday. Montag, dann Dienstag. Was ist Dienstag? Nach Montag? Aha. Haben wir Dienstag? Tuesday. Ja? Montag, Dienstag und dann Mittwoch. Montag, Dienstag, Mittwoch, Mittwoch. Wednesday? Wednesday. Donnerstag. 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 Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Freitag. 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 Was ist Freitag? Freitag. Ja? Montag. Dienstag. Dienstag. Mittwoch. Donnerstag. Freitag. Und dann haben wir Wochenende. Wochenende ist Samstag. Samstag. Aha. Und Sonntag. Samstag. Samstag und Sonntag ist Wochenende. Week. Wochenende. 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 Weekends. Okay. Ja? Wochenende. Wochenende. Ja? Wochenende. 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 Weekend. Und was ist Wochenende? Samstag und Sonntag. Noch einmal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Samstag. Samstag und Sonntag.